Ja moin Leute, willkommen bei einem neuen Video. Wie ihr sehen könnt, testen wir heute Reiber. Das sind die Funke A Böller von Funke. Logischerweise ist die Funke Petade. Und das hier ganz links außen ist eine Rarität. Ich drehe das mal um. Das ist der Komet Kanonschlag Thundercracker A. Und die würde ich jetzt gerne mal miteinander vergleichen, mit euch zusammen. Bis gleich. So, wir starten mit der Funke Petade. Ja, die drückt saftig. So, als nächstes nehmen wir den Funke A Böller. So, als zweites nehmen wir den Funke A Böller. Ja, der ist richtig saftig, der Bruder. So, und als letztes nehmen wir, als drittes nehmen wir den Funke. Äh, Funke, ich meine natürlich den Komet, Entschuldigung. Also, ich würde sagen, der Komet ist der lauteste, auf jeden Fall. So, ich würde sagen, machen wir von jedem noch einen zweiten. Und fangen wir wieder mit der Petade an. So. Ja, knackig. So, dann den Funke A. Ja, auch saftig. Jetzt als letztes nehmen wir den Bruder hier, den Komet. Da habe ich auch nur noch den zweiten. Das war jetzt mehr vom Puffer. Aber man kann sagen, der Komet ist mit der lauteste. Aber die Petade ist auch nicht schlecht. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.